guten abend ihr lieben ich hoffe du hattest einen angenehmen tag dir geht es gut und du bist voller positiver energie heute eine kurzbotschaft für den morgigen tag mit dem dreams orakel hier für dich da gibt es keine anleitung und wir schauen einfach was ich da für dich zeigen möchte entspann dich und lehn dich einfach zurück wir haben für dich die familie erkunde dein heiliges wurzelzentrum beinhaltet die karte deine wurzeln der ahnen mit all dem wo du zu allem in der verbundenheit stehst mit vollster kraft und energie der heiligtum der ahnen also schau wir hören uns morgen gute nacht so 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 Amen. 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 Amen.